Hallo und Willkommen bei NERDEN BUM SPIELT In Neverwinter soll ich den Oberarc noch umhauen Der ist hier in der Halle der Hintergilde Gucken wir mal ob die unbeschäderte und beschadete reinkommen Sieht uns gut aus Da werde ich in der Halle Dabei gibt es eine Kiste Zu Schwert, was ich nicht bebrauchen kann Ok Das legen wir mal auf Dann gehen wir mal in den Heilkleist rein Und gucken dann weiter Hier sieht alles sehr kaputt aus Hier gibt es entschuldige, was aufzheben Nehmen wir mal alles mit Hier sieht man auch mit Da steht noch Bitte. Ah! Ich soll mich nicht ins Feuer gestürmen. Hier ist noch einer. Ah! Mist. Was ist das schon? Da liegt da auch noch was. Ich nehme auch alles mit. Nein, das geht nicht. Okay. 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 Sehr gut. Okay. Und Stufe 14, ein Verleiher Schlüssel. Das ist noch eine Anwaltsklave. Dann gibt es ordentlich Geld. Okay, dann geht es hier weiter. Ich hoffe, ich brauche den Verleiher-Schlüssel. Kann doch doch ein Ping-Gewerb! Ich bin der Verleiher-Schlüssel. Ich bin der Verleiher-Schlüssel. Ja, fein. Jetzt ein bisschen was bekommen. Hier legt noch ein bisschen Geld rum. Und noch eine große Kiste. Verfluchte Gürtel. Auch das haben wir noch geschafft. Ziel erfüllt. Jetzt brauche ich noch beschädigte Splitter. Ich bin der Verleiher. Ich bin der Verleiher-Schlüssel. 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 Was haben wir geschafft? Ich bin der Verleiher-Schlüssel. 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 Wo füge ich denn auch die schädigte Splitter her? Da z.B. 26,45 27 Was dort, mir aber ehrlich gesagt, dann noch ein bisschen mehr Und jetzt blende ich wieder Dann gucken wir uns erstmal, wo wir das zurückbringen müssen Dann gucken wir, ob wir vielleicht doch noch eine Quest hier haben Ansonsten lassen wir das wahrscheinlich mit den Splittern Die Quest ist sowieso so weit Unterhalb, dass die Belohnung nicht so voll sein wird Sehr gut! Der Sieg über Kartok stellt noch weiter Ihr seid bei unserer Auseinandersetzung mit den Orks wahrlich Gold wert Jetzt ist es an der Zeit, den Kampf direkt ins Herz Gut, dann gucken wir uns das nächste Mal weiter Dann gehen wir ab WDR 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 WDR